Was geht ab Leute, euer Frapsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Ihr wisst gar nicht, was heute alles passiert ist, Leute. Mein Handy hat sich einfach von selbst zurückgesetzt. Ich kann mein Handy nicht mehr anmachen, also ich komme nicht rein. Und Leute, das Allerbeste, meine Playstation überhitzt alle 4 Minuten. Deswegen müssen wir uns hier mit dem Video leicht beeilen und hoffen, dass das Ganze nicht aufgeht. Ich habe einen kleinen Ventilator daneben gestellt, damit das Ganze auf jeden Fall ein bisschen besser funktioniert. Also heute war absolut nicht mein Tag. Und vertraut mir, es geht mir übelst auf den Sack. Aber Freunde, währenddessen könnt ihr mir natürlich gerne mal einen Daumen dalassen. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare, was ihr machen würdet in dieser Situation. Ich wollte fast alles kaputt schlagen und ich hatte absolut gar keinen Bock mehr, eigentlich die Season mehr anzuschauen. Aber irgendwie habe ich es dann doch hinbekommen, das Ganze dann hier durchzuführen. Und wir werden jetzt hier an der Stelle erstmal den Battle Royale Modus reinswitchen und abchecken, was da draußen in der Wildnis so abgeht. So, wir sehen hier schon den Ladebildschirm. Wir sehen da sogar so einen Bogen. Wir sehen den Bananenskin. Also das sind sozusagen schon die ersten Battle Pass Skins. Wir schauen uns das Ganze aber jetzt nochmal ganz genau an. Oh shit, oh shit. Abenteuerliche Musik. Die allerechten Leute. Oh shit, der Bruder hier mit seinem komischen Arm. Was ist das hier? Oh shit, diese Fische. Oh shit, Alter. Ah ja, die Fische sollen ja jetzt im Shop sein, Leute, ne? Boah, das wird richtig krass, Alter. Das wird richtig krass. Hallo, da ist etwas. Aha. Boah, der Vulkan sieht schon geil aus, Leute. Abenteuerliche Musik. Okay. What the fuck, was sind das für Ninja Skins? Oh man, diese Fische sehen so geil aus. Hallo. Oh shit, Alter. Sorry. Was ist wohl in der Kiste drin, Leute? Ich bin echt gespannt, Mann. Ich bin echt gespannt. Naja. Geile Sache. Wir sehen hier das Ganze schon. Ah! Boah, boah, boah. Was ist das jetzt? Hallo? Fischstäbchen. Pirat. Geile Sache auf jeden Fall. Ohne Witz. Feier ich zu Tode. Muss man dir an der Stelle sagen. Ähm. Ja. Epic Games, dankeschön auf jeden Fall, dass ihr mir das Ganze hier auf den Nacken gegeben habt. Battle Pass Bonus als Belohnung für Season 7. Bekomme ich jetzt 5 Stufen kostenlos. Das kennt man ja. Dann haben wir hier schon die ein oder anderen Stufen freigeschalten. Wir haben als allererste Mal GG als Schlangen. Wir haben hier Freibeuter, so Kraken. Wir haben einen Contrail als Kraken, mit Krakenflagge. Und das sind schon mal die ersten Sachen, die wir freigeschalten haben. Ich habe, ah, Ragnarök ohne Schulterklappen, weil die Schulterklappen haben gestört. Und, äh, man konnte nicht mehr visieren. Deswegen ist er da. So. Okay. Das haben wir jetzt auch. Battle Pass Season 8 ist ja kostenlos. Okay. Wie funktioniert der bla bla bla? Halt deine Fresse, Bruder. Das gucke ich mir schon zum 100. Mal an. Zack. So. Ähm. Erstmal in die Neuigkeiten rein stöbern. Sonderbares mehr. Okay. Wir checken mal kurz den Item Shop ab. Oh shit, Freunde. Also den Ehrenbruder hier müsst ihr euch auf jeden Fall zulegen, so cool wie er ist, ne? Jetzt gibt es ja den nochmal als Pirat. Und, Leute, vergiss nicht, supporter, creator, ffpz-yt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich hatte einen miesen Tag. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall versüßen. Naja. Äh. Soviel hier zum Shop. Wir haben hier auch einen neuen Emote. Wir schauen uns den mal ganz kurz an. Oh shit. Von wo kommt die Kiste, Digga? What the fuck? Geil. Also feiere ich. Es ist was ganz Lustiges auf jeden Fall dran. Ähm. What the fuck ist das, Leute? What the fuck ist das? What the fuck? Diese Herausforderungen sehen voll cool aus. Naja. Wir schauen uns mal den Battle Pass an. Ich löse das Ganze jetzt einfach mal ein und wir schauen, ob das kostenlos ist. So. Hol dir deinen verdienten Battle Pass. Okay. Okay. So, Leute. Ihr könnt hier sehen, Season 8 Battle Pass ist kostenlos. Und wie gesagt, bevor ihr den überhaupt einlöst, tragt den Supporter Creator Code ein. Denn wir bekommen eine kleine Provision dafür. Wäre auf jeden Fall mega geil. Und ich werde mir auf jeden Fall das linke nicht holen. Ich werde mir das rechte holen. Da das Ganze natürlich viel krasser ist jetzt vom Preis her. Und auf der rechten Seite bekommt ihr schon den Rabatt. Also 950 V-Bucks werden auf der rechten Seite dann schon abgezogen. Ich werde mir das Ganze jetzt mal kaufen. So. Battle Pass Season 8. So. Nice. Was haben wir hier erhalten? XP. Okay. Der allererste Skin. Schwarzherz. Heißt, dieser Ehrenmann hier. Ist reaktiv. Müssen wir mal schauen, wie wir ihn leveln können. Dann haben... Achso. Das ist der Pirat, glaube ich sogar. Ja. Dann haben wir diesen komischen Ninja. Hybrid heißt der Ehrenmann. Wir haben die Battle Pass Herausforderung. Entdeckung. Dann haben wir hier 30% Boost. Wir haben hier Ananas. Wir haben hier eine Lackierung. Äh, Tropentarnung. Sieht, by the way, ganz cool aus. Wir haben diese Schlangenrückenaccessoire. Was ich jetzt nicht so cool finde. Was haben wir hier noch interessantes? Ladebildschirm. Musik. Ah, Musik können wir noch nicht abspielen. Müssen wir gleich machen. So, ein neuer Emote. Hallo. Hallo. Neue Season ist da. Okay, ist geil. Ist geil. Ist geil. Oh shit. Gleiter. So als Schlangen. Wisst ihr, ich mag Schlangen allgemein nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das benutzen werde. Ich habe Angst vor Schlangen. Muss man schon hier an der Stelle sagen. Naja. Wir schauen mal weiter. Wir haben hier ein Rückenaccessoire. Hier ist ein Ehrenbruder aus Holz. Also so ein Stöckchen heißt der. Ein Hund aus Holz. Wir haben Contrail. Kleeblätter. Sieht auch ganz cool aus eigentlich. Rückenaccessoire. Ein reaktives, ja. Entschlüssel ein Geheimnis. Reaktiv. Der Stil ändert sich abhängig von der Anzahl im Match geöffneten Drohnen. Ah. Umso mehr Kisten hier öffnet, umso heftiger leuchtet das. Alter, ist ein cooles Rückenaccessoire. So, hier haben wir ein Ladebildschirm. Sergeant Grünklee. Wir haben hier den Schlangen Skin. Werde ich nicht spielen, da ich Angst vor Schlangen habe. Das aber ist ein anderes Thema. Gehen wir mal weiter. So, zack. Bonus hier, Bonus da. Hier ist so eine komische Kiste. Hier ist ein Flummi. What the fuck? Okay. Alter. Treibholz. Sieht cool aus. Sieht cool aus, muss man schon sagen. Okay. Was haben wir noch? Gleiter. Ah. Freunde, das meine ich. Das ist mein Baba-Tag. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist mein Baba-Tag. Handy geht kaputt. Dann hier. PlayStation ist überhitzt. Miese Titan. Was will man machen, ne? So, wir haben hier Glutsiegel. Ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Ist ein ganz angenehmer Gleiter. Ist aber jetzt nichts besonderes. So, Ladebildschirm. Oh shit. Oh shit. Nice. Geiler Tanz auf jeden Fall. So, weiter geht's. 500 V-Bucks auf Neck, Leute. Und so viel auf jeden Fall hier dazu. So, das ist auf jeden Fall bis Level 31 gewesen. Und jetzt, Leute, schalten wir die nächsten Stufen frei. Ihr wisst, wie es bei mir immer funktioniert. Battle Pass wird immer auf Level 100 gelevelt. Egal, komme, was wolle. Und deswegen werden wir das auch diese Season machen. Das mache ich aber nicht, um zu flexen oder so. Das mache ich, um euch einfach dann auch später geile Videos bieten zu können. Und natürlich auch die Skins vorzustellen. So, um dann das Ganze auf Level 100 zu bekommen, müsst ihr, wenn ihr das 25 Euro Pack holt, also das kostet dann nur 15 Euro, also das 15 Euro Pack holt, dann müsst ihr circa 10.000 V-Bucks oben drauf noch ausgeben, bis ihr, ähm, alles auf Level 100 habt. Naja, äh, ich würde sagen, wir kaufen uns das Ganze hier einfach mal. Wie gesagt, meine Playstation dreht hier am Rad. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir kriegen das Ganze auf jeden Fall schon irgendwo hin. Ähm, wir haben hier die Ehrenmänner freigeschalten. Ich würde sagen, wir switchen mal ganz zum Anfang und schauen uns das nach und nach einfach mal an. So, hier, was haben wir denn? Wir haben hier Stöckchen als andere Version, als Pirat. Äh, sieht ganz in Ordnung aus. Wir haben hier den Contraille Phantasma, ja, Phantasma. Sieht richtig cool aus, auf jeden Fall. Wir haben hier eine Spitzhacke, die jeder bekommt, und zwar, äh, Schlangenbiss. Feier ich nicht so, sieht jetzt nicht so cool aus. Dann haben wir da unten einen Gleiter, genau. Ist auch reaktiv, okay. Umso mehr Kisten wir öffnen, umso, ähm, ja, heftiger wird sie leuchten. So. Ladebildschirm, V-Bucks, eine neue Lackierung, Sonnendruck. Sieht auch schon richtig, richtig cool aus. Dann haben wir oben einen kostenlosen Emote. Junge, bitte, halt doch deine Fresse, Mann. Ohne Bits, Junge. Was ist das? Ey, jetzt hab ich auch auf Ausschalten gedrückt. Das gibt's doch nicht, Digga. Bitte. Bitte. So, wieder back. Ihr seht, Freunde, ich hab'n Baba-Tag. Aber, das hält mich nicht davon ab, für euch Videos zu machen. Wir schaffen das Ganze. Auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben hier den Sonnendruck als, äh, ja, Lackierung. Wir haben hier ein Spray. Wir haben den Ehrenmann hier, eine Banane. Reaktiv wird im Laufe des Matches reifer und ändert die Farbe. Das heißt, am Anfang sind wir so leicht grünig. Später wird das Ganze auch wirklich so leicht verfault. Ich hab' das Ganze bereits im Trailer gesehen gehabt. Äh, also, by the way, den Skin finde ich ja mal zu Tode geil. Real Talk. Was haben wir hier noch? Wir haben den Ladebildschirm Hybrid. So soll der Ehrenbruder später aussehen. Also, poh, falls es stimmt, sieht schon cool aus. Und, bedenkt, das ist beweglich, wenn ich mich nicht irre, Leute. Das heißt, dieser Bildschirm, wenn ihr ihn einstellt, dieser bewegt sich. Naja, schauen wir mal weiter. Wir haben hier den Schla... Schlawiner? Schlawiner als, äh, äh, Ding. Als Rücknahsessoir. Ist halt ein neues Haustier. So ein Fuchs. Wir haben hier nichts besonderes. Musik, die werden wir uns gleich nochmal anschauen. Wir haben hier die Spitzhacke. Verschafft ihr Zugang zu Materialien. Die ist auch reaktiv. Umso mehr Drohnen ihr öffnet, umso heftiger wird die Sanden aussehen. Wir haben einen kranken Contrail. Und zwar Lava. Sieht schon übertrieben heftig aus. Und ihr seht schon, Ausbruch steht her bevor. Das heißt, Vulkan wird safe früh oder später ausbrechen. Wir haben hier die Schlangen... Äh, ne, die Drachenschuppen. Finde ich jetzt nicht so cool. Deswegen werde ich sie jetzt nicht, denke ich mal, benutzen. Wir haben ein Emote. Na, na, na. Na, 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 na. Das könnte ein Capital Bra sein, so. Oder was geht denn hier ab, Mann? Naja, der ist jetzt nicht so fresh, aber ich finde ihn irgendwie doch cool. Hat auf jeden Fall etwas, ne? So. Was haben wir hier noch Interessantes? Oh, shit. Ember. Mit ruhiger und flammender Hand. Sieht schon richtig cool aus, Leute. Ähm, leider nicht upgradebar, soweit ich sehe. Aber wirklich, ich finde den Skin übertrieben fresh. Also, den feiere ich jetzt gerade zu Tode. Wirklich. Also, der gefällt mir. Also, ja, der gefällt mir auf jeden Fall. So. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Tigerstreifen als Lackierung. Finde ich auch ganz in Ordnung eigentlich. Muss man halt schauen, wie die auf der Waffe aussieht. Wir haben hier Beuteboje. Oh, shit. Hier ist sogar so ein Kraken. What the fuck? Verstecke deine Beute unter einem Fallschirm. Sieht cool aus auf jeden Fall. So. Gehen wir weiter. Wir haben hier wieder einen Ladebildschirm. What the fuck, Alter. Das ist ja mal geil. Ballistik. Wow. Also, ich finde es geil. Sieht schon cool aus, so mit dieser Munition. Wenn man runterfliegt, fällt auch das ein oder andere Mal Munition ab. Sieht auf jeden Fall schon cool aus. Wir haben hier einen Lama. Wir haben hier Meisterschlüssel. Öffne den Weg zu deinem wahren Potenzial. Du bist der Schlüssel. Okay. Also, diesen können wir auch leveln. Mit verschiedenen Stufen. Finde ich cool. So. Was haben wir hier noch? What the fuck? Ein Spray, der sich bewegt, Alter. Sieht cool aus. Okay. Gehen wir weiter. Neue Musik. Okay. Ladebildschirm. Reifenmeister. Die Allerechten. Naja, finde ich jetzt. Also, den Emote fand ich jetzt nicht so geil. Edelstein. Alter, diese Lackierung sieht ja mal todesfresh aus, Digga. What the fuck? Und, Freunde, Level 100 Skin. Blingerella. Das ist auf jeden Fall der Level 100 Skin, meine Freunde. Wir müssen mal schauen, wie wir ihn freischalten, beziehungsweise was genau wir dort freischalten können. Und wir haben natürlich die Herausforderung und wir haben 1000 V-Bucks auf Nacken bekommen. Vielen, vielen Dank, Epic Games. Kurs geht da auf jeden Fall raus. So, Schlüsselmeister maskiert, haben wir schon direkt freigeschalten. Keine Ahnung warum. Vielen Dank. Grüße gehen raus. So, soviel dazu. Ihr seht die Stufen jetzt hier. Überlebe mehrere Gegner. Sieht übertrieben fresh aus. Also, diese goldene Variante, ne. Damit kann man schon ein bisschen rumflexen, Leute. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Schauen wir uns mal die Herausforderungen an. Da gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Okay, okay. Täglich Herausforderungen. Also, diese ganzen Tabs und so weiter finde ich mega cool. Die werden wir uns aber später anschauen. Auch das ist mega cool, Leute. Dass wir hier so sehen können, wie wir was upgraden können, ne. Sieht schon cool aus. Wow, 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 wow. Wir bekommen hier eine coole Spitzhacke. Wenn wir 500 Gegner überlebt haben. Wir bekommen ein cooles Rückenaccessoire, wenn wir 2500 Leute überlebt haben. Wir bekommen ein Emote, wenn wir 15.000 Leute überlebt haben. Mega geile Sache. Bei diesem Ehremann hier bekommen wir eine Spitzhacke. Wir bekommen den Bruder in toter Variante, Digga. Bitte, wie krass sieht das aus. Und ein heftiges Rückenaccessoire gibt es auch. Und die verschiedenen Farben. Aber bitte, das sieht mal... Alter, das sieht todesfresh aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter. Eine Spitzhacke wird es hier geben auf jeden Fall. Finde ich cool. Dann diese Version, diese Version. Es wird die Spitzhacke in verschiedenen Stilen geben. Also, die Stile werden freigeschalten. Dann wird es den Bruder hier in der Variante geben. In Grau wird es sie nochmal geben. Ein neuer Emote. Finde ich auch geil. What the fuck, Alter. Das sieht cool aus. Oh, das blitzt sogar. What the fuck, Alter. Und das gibt es dann halt nochmal in Blau und in Schwarz und in einem krassen Lila, Alter. Boah, bin ich heftig gespannt, ne? Das in Schwarz mit diesem Blitz und so, kann ich mich schon krass vorstellen. So, gehen wir weiter. Das ist alt. Das ist auch alt. Und ja, schließt die elf Herausforderungen ab, bla, bla, bla. So, soviel auf jeden Fall dazu. Finde ich cool. Wir können uns kurz die Lackierung nochmal anschauen. So, wir haben hier einmal das. Finde ich jetzt nicht so cool. Edelstein sieht übertrieben fresh aus. Wir haben diese Tarnung. Finde ich nicht so cool. Tigerstreifen sieht auch nicht so cool aus. Das sieht geil aus, meiner Meinung nach. Und wir haben das hier. Sieht auch cool aus, auf jeden Fall, ne? Animierte Lackierungen sollen noch kommen. Ich weiß nicht wann. Müssen wir uns auf jeden Fall überraschen lassen. Ähm, Musik. Genau, Musik wollten wir uns anhören. Die kann ich kurz hochstellen. Zack. Boom. Oh shit. So. Also, das haben wir einmal. Wir hören uns das an. Du, 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 du. Ist entspannt so, ne? So chillige Musik. Oh shit. Wir haben hier so richtig... Dö, 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 dö. Richtige Piratenmusik, Leute. Oh shit. Und wir haben Popsternchen. Kennt man ja, ne? Finde ich cool. Nice Sache auf jeden Fall, Alter. Naja, man muss dazu sagen, da ich nie Backgroundmusik habe, kann ich das auch direkt wieder ausschalten. Ja, ich feiere es irgendwie nicht. Naja. Wir schauen uns das Ganze nochmal in Zusammenfassung an. Also, wir haben das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Dann haben wir als Gleiter einmal den Beuteboje. Dann haben wir Himmelsschlang. Wir haben Luftschloss. Wir haben Glutsegel. Dann haben wir einmal Schlangenbiss, Spitzschlüssel. Wir haben als Rückenaccessoire diesen Ehrenmann hier. Dann haben wir dieses komische Rückenaccessoire, wo man, wo reaktiv ist mit den Truhen. Das hier. Und die Schlange. Dann haben wir acht Skins soweit erhalten. Einmal den Level 100 Skin. Dann das Hybrid. Ragnarök. Schwarzherz. Ember. Klapperschlange. Meisterschlüssel. Und den Ehrenbruder. Die Banane. Mehrere Emotes haben wir. Ladebildschirme haben wir. Da gehe ich jetzt nicht so weit drauf ein. Und ja, soviel auf jeden Fall zum Battle Pass. Ich finde ihn auf jeden Fall mega cool. Geile Sachen sind mit dabei. Wie gesagt, ich hatte leider heute keinen guten Start in den Tag. War ein bisschen belastend. Aber trotzdem hat das Ganze hier mir schon den Tag versüßt. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde. Support der Creator. FMPZ-YT. Nicht vergessen. Vor allem auch, wenn ihr die Stufen kauft. Oder allgemein alles. Die Battle Pässe und so weiter. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und hier an der Stelle. Soll es mit dem Video gewesen sein. Schreibt mir eure Meinung gerne. Und in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Ich verabschiede mich jetzt hier an der Stelle. Und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.